Mit besten Rohstoffen, vereint im Erhalt alter Traditionen und handwerklichem Können, entsteht Hochdroben im Fichtelgebirge ein höchst außergewöhnliches Bier. Das Bier der Nacht, anregend und süffig. Das Erotikbier der Brauerei Lang in Schönbrunn. Das Erotikbier ist das Bier der Nacht. Das wird von mir nachts nackt persönlich gebraut, weil wo ich nachts bin, sind die erotischen Ausstrahlungen, die nur ich habe, und die kommen in dieses Bier hinein. Das Erotikbier sollte in keinem Haushalt Deutschlands fehlen.